hallo leute ihr wundert euch warum ich jetzt auf einmal hier im youtube bin ich sag's euch ich habe 90 abonnenten und ihr habt mir das ermöglicht und ich will mich jetzt damit durch dieses video natürlich bei euch bedanken ich meine 90 abonnenten das sind fast die 100 und finde ich ziemlich cool von euch dass ihr mich abonniert habt und sonne und ich habe euch ja mal per bulletin habe ich euch ja mal gesagt dass ich vielleicht ein abo special zu 90 gemacht und jetzt ist es ja auch das aber special von den 90 abonnenten und zwar habe ich jetzt wieder mal vor die letzten paar malen hat er nicht so gut klappt ich hoffe dass jetzt vielleicht mehr klappt welche 90 abonnenten habe nochmal danke dafür ich will ein battle machen das heißt ihr meldet euch jetzt also wenn ihr bock habt mitzumachen in den kommentaren mit eurem mit eurem namen von league of legends das heißt ihr schreibt hin sozusagen hier ich muss kurz vor league of legends name double punkt und dann zum spiel ich habe ja der fnk 2 und dann schreibt noch auf fail das wollte ich jetzt nicht machen egal das kann ich ja wieder schnell weg machen und dann schreibt ihn noch unten drunter ich will mitmachen oder sowas irgendwie einen kommentar oder ja das hat mitmachen als logisch und dann werde ich euch ändern vielleicht habe ich euch ja schon geändert je nachdem und vorläufiger termin wird nächste woche das am sonntag sein das heißt diese woche sonntag ist das ist das siebte ist ja auch egal nächste woche sonntag vorgestern war zum vorgestern war fünfte das heißt in zwei wochen am 19 genau ist der vorläufige team ich schreibe sondern meine beschreibung versucht euch das eben freizuhalten sonst braucht euch jetzt gar nichts melden oder schreibt mich per pn an oder so was in den kommentaren falls ihr irgendwie doch nicht könnt oder sowas und dann können wir es ja je nachdem verschieben das war es jetzt eigentlich erst mal von mir und man sieht sich in den league of legends let's plays und weiteres bis dann leute tschüss